Mila, stell dir vor, es gäbe keine Adjektive auf der Welt. Wie würde sich das wohl anhören? Probieren wir es wieder mit einem Experiment aus. Oh ja, diesmal erzähle ich eine Kruselgeschichte und lasse die Adjektive weg. Aufhören. Naja, also ich verstehe es schon. Aber sehr interessant hört sich das für mich nicht an.